Der Daemen ist draussen. Die lachen sich ein. Beide Fahrer immer wieder. Aber sie geben alles und sie sind schnell. Hill und Ralf Schumacher. Das heißt, es ist trotzdem ein positives Gefühl, das wir ja vorher gehört haben von Eddie Jordan. Er hat gesagt, die Strecke ist ähnlich wie Monaco. In Monaco waren wir weit weg, wo das schlechteste Rennen sei, es Jordan gibt. Und jetzt sind wir dabei auf dieser langsamen Strecke. Wir haben gut gearbeitet und ich glaube deswegen auch die gute Stimmung. Auch wenn die Fahrer mal über das Verhältnis fahren. Man testet natürlich auch das Limit für die Qualifikation aus jetzt. Elf Minuten.